hallo zusammen und willkommen zum herausforderungsfest der kombination der klassischen challenge events sag ich jetzt einfach mal wir haben hier drin piraten von korea wir haben das wunderland event wir haben die ritter von avalon wir haben die wächter von teltalk und wir haben nummer fünf hallo wunderwald oder ja genau die der wald misst halt da wo schneewittchen dabei ist quasi genau die fünf müssten es sein wenn ich eins vergessen habe dann schreibt es bitte in die kommentare was ist hier ganz speziell zu beachten also wir haben keine komplizierte keinen komplizierte event mechanik wie in den neueren events wir haben ein klassisches altes event 10 selten 10 episch 10 legendär das heißt der zeitaufwand lässt sich überschauen wir haben reflektierende etappen beziehungsweise gegner mit reflekt das was man beachten muss hier ihr seht schon ich habe die erste gespielt und dann bei der zweiten gemerkt oh ja genau das habe ich erwartet bei diesem event die reflektionen ändern sich von etappe zu etappe das heißt ihr könnt nicht alle zehn etappen mit ein und demselben team durchspielen voraussichtlich nicht ich spiele selten mit blau komplett mit blau sollte blau kommen kann ich blau nicht anwenden also sollte der blaue vielleicht kommt dann spiele ich mit grün aber alles weitere das wird ein relativ kurzes info video ihr seht hier mein blaues event team und ja es geht wie schon öfter beschrieben da darum nicht zu viel zeit zu verwenden viele kombinationen zu haben und oh das ist neu das habe ich ja noch gar nicht gesehen okay gut dass wir das spielen ist hier ein bio rechter von teltoc minus 50 prozent angriff für lila okay also schaut jetzt bitte nicht auf meinen score ich gehe die etappe irgendwann nochmal durch um meinen score zu verbessern vielleicht ist auch nicht so schlecht wenn ich noch eine fette kombi hätte aber hier gibt es keine fette kombi so naja dann machen wir einfach den so dann machen wir den und den das reicht noch nicht interessant die halten okay vielleicht kleine änderungen also einmal das hier bei jeder challenge variante elementar widerstand das so das muss man kann kann man sich vielleicht gleich nochmal durchlesen so jetzt das blaue elementar widerstand okay also man muss quasi gegen die teltocs kriegt man regelmäßig oder ist das bei allen also piraten von coreia die gegner stehlen allen helden 10 prozent mana alle drei züge aha wir hatten gerade wächter von teltoc eines zufälligen elements alle drei züge minus 50 prozent angriff auf die schilde okay jeder direkte schaden von spezial fähigkeiten wird um 20 prozent verringert die gesamte heilung ist um 20 prozent verringert das ist ritter von avalon okay vielleicht wird es doch ein längeres intro video weil ich will von allen fünfen das jetzt sehen blauer bautschaden ach der ich bin blau reflekt reingegangen den krieg ich ja gar nicht tot den krieg ich gar nicht tot reflektierte alles weniger schaden durch die folgenden elements hä minus 40 prozent das heißt ich müsste ihm schaden machen können jetzt bin ich verwirrt er leidet weniger schaden dieser gegner leidet weniger schaden durch die folgenden elemente eis hä minus 40 prozent ich müsste ja nur 60 prozent schaden machen aber kann ich den reflekt vielleicht wegnehmen ich verstehe das gerade nicht okay ich muss hier auf jeden fall raus ähm dann seht ihr mal fix mein grünes team so was nicht äh komplett oder perfekt ist wacker du nicht ähm mich nochmal schickst schauen was machst du eigentlich deathdown deathdown ordentlich da brauche ich vielleicht doch den wacker vielleicht wollen wir noch ein attack up mitnehmen achja hier sie muss mit ausrüsten und ja 3 9 attack 45 du kommst mit so und natürlich das passt so jetzt deine sohn starb hello war das gerade mein schaden oder seid ihr vorher schon so beschissen aus ähm ach krieg ich das irgendwie hin ja krieg ich irgendwie hin so zack zack reicht er wäre schade wenn nicht naja dann machen wir den attack up zack 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 komm schon warum drücke ich nicht den grünen diamanten weil zu wenig grüne teile sind so das ist eine schöne kaskade es gibt punkte dann machen wir nochmal den machen den zack zack der tag up ist noch da zack der tag up ist noch da zack wunderland reflektiert dann sehr wahrscheinlich grün und märchen aus dem grimmwald reflektiert rot und beschwört für alle helden für alle helden alle drei züge ein grimmwald fiend ein feind das heißt man muss in der theorie hier mitnehmen oder in weniger als drei zügen fertig sein ok ok elementar widerstand wenn du mehrere helden des selben elements in deinem team hast reduziert das den schaden das wiederum ist das magiaturm passive was wir schon hatten was macht er ach das ist überall ok ich habe mich schon gewundert warum ich teilweise so wenig schaden vielleicht macht es sinn hier 2 2 1 zu spielen dann kann man aber nordry direkt vergessen ok gut dass ich das nochmal angeschaut habe wie weit bis zur nächsten welt energie ok 20 sekunden da kriegen wir hin wir werden nochmal eine der beiden ersten reingehen und werden das auf die probe stellen so also was wir auf keinen fall ok wir machen das wir machen das und von einer weiteren farbe irgendwas was dreie trifft oder wir nehmen den björn mit jetzt muss ich mal kurz schauen speichern mafix ok wir gehen hier rein wir wollen kein lila reflekt ähm björn björn mit der macht einen dreien schaden aber ok wir versuchen mal das und treten in konkurrenz ne dann nehmen wir lieber den für mehr attack ab treten somit in konkurrenz von allem anderen was wir gerade gespielt haben so heißt natürlich dass die helden jetzt nicht so krass schnell geladen sind ich habe keinen heal dabei das ist aber eigentlich bei events immer so vielleicht wird sich das in diesem event ok wir haben grüne attackdown bekommen für die schilde das ist natürlich weniger schön ähm erstmal den klima garantiert gleich noch für eine andere farbe so jetzt ist gleich die frage ja für blau ähm reicht ein nurl na nurl macht mehr schaden als björn dann machen wir björn für den aber ist echt tricky der überlebt ist ja der ist ja der shit so ist halt wirklich die frage ob mono trotzdem der way to go ist oder nicht also ich könnte mir vorstellen dass bei ähm vier und fünf sterne die triple hitter die heftigen triple hitter der way to go sind jetzt sind wir hier rot und blau geworden ähm machen wir das mal rot hier das war eigentlich ganz nett dass wir rot und blau wohnen aber jetzt kassieren wir mal ein bisschen was nochmal den und den ach heilen wollte ich euch doch nicht da heilen wir gleich alle mal lebenspunkte voll so zack 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 und ja reicht auf jeden fall hat aber wesentlich länger gedauert und ist 35400 ach ich hab vergessen was vorher war vorher war es aber auch nicht gut ok bemerke ähm solltet ihr probleme haben durchzukommen mit mono dann wechselt irgendwie auf 221 oder so und nehmt idealerweise kann ja mal ein beispiel hier machen also das ist schon mal bullshit ähm ähm die drei sind alle mist wilbur ist ok dann ein haben wir einen soliden triple hitter ihn hier er ist ein solider triple hitter man macht gut schaden auf 3 ähm vielleicht mit einmal kombinieren aber da haben wir wieder ein element def da und der dann bloß zwei leuten was bringt ähm er ist ein solider triple hitter und gibt attack ab für die nachbarn haben wir noch bei lila noch ein triple hitter ne äh nicht bei lila bei blau grün oder rot was tust du denn eigentlich hm ja scarlet ist ein triple hitter aber die hitet nicht hart die hitet hart mit auto attacks gormack hitet auch nicht wirklich hart außerdem haben wir schon einen def down kann das ein event für minions sein also wenn einer hart 3 erhättet dann ist es eher hier und grimm stelle ich mit dem attack ab den er nur auf die nachbarn macht man zwischen die beiden und jetzt noch was grünes oder was blaues was idealerweise hm crit attacker weiß nicht weiß nicht weiß nicht schwierig ehrlich gesagt ein zweiter grimm mit dem def down als variante wäre vielleicht nicht komplett falsch möglich wäre dann natürlich auch noch wukong na dass man so spielt dass man so spielt nebel ist auch noch eine variante nebel und einer der beiden triple hitter könnte direkt schon reichen zum vernichten einer wave und slowt im finale die drei gegner runter vielleicht ist nebel auch ein guter call schwierig schwierig ähm ja ja mal schauen 15 prozent attack ne verstehe ich nicht warum die mit dem schild die ist mit dem hohen attackwert bei dem blauen drei sterne ähm ähm 15 prozent den nehmen wir aus welchen mit alternativen heiler vielleicht der auch attack ab macht im kirin oder ein rigard ja so in etwa würde es bei mir jetzt aussehen so würde ich die vierer wahrscheinlich spielen und die fünfer dann machen wir es gleich noch komplett das ist normalerweise ein solides fünfer team ähm in dem moment jetzt nicht ihr seht frieder sieht gut aus mittlerweile geht in richtung voll wir brauchen dreifach hitter idealerweise zügige äh zügige die kann man kombinieren mit ihr hier guck mal was wir noch so an triple hittern haben die auch gut zuhauen ihr seht meine bera ist auch voll seit heute und deswegen habe ich mystero angefangen zu leveln jetzt triple hitter oder man spielt ein minion team mordjäger mit frost und bera vielleicht keine ahnung könnte man probieren triple hit triple hit habe ich da noch irgendwas alle verbündeten erhalten zählt das verbündete auch für die minions ich weiß es nicht ich wollte das schon ewig mal rausfinden testen aber ich habe es noch nicht gemacht triple hit den link vom Wilbur brauchen wir eigentlich der triple hitter sind zwei marianas möglicherweise also marianakostüme man kann natürlich auch mit ludwig arbeiten wenn man ihn schnell vollpumpt und auslöst dann sind die daneben relativ schnell immer wieder voll Monatel ist ein triple hitter aber nicht so heftig hm ja ich glaube die gedanken dauern jetzt zu lange für euch schreibt mir ruhig gerne die kommentare mit welchen team kombinationen vielleicht auch direkt die helden wenn ihr das wollt ihr die besten resultate erzielt habt oder erzielt oder mit was ihr reingeht mit was ihr durchkommt wie auch immer ich bedanke mich auf jeden fall schon mal wer bis hierhin zugehört hat und freue mich über jede jedes feedback von euch wünsche euch natürlich maximal erfolge und eine schöne Advents- und Weihnachtszeit dann haut rein bis denn ciao ciao so 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 so